Wir stehen schon mal an. Wir machen nochmals einen Abstecher in die Schweiz. Hier sind nämlich die Dauervögel. Begrüssen Sie hier in Lörrach mit einem ganz warmen, herzlichen Applaus. Lörrach, hier ist für euch die Dauervögel! Majority media ein. Jetzt habe ich hierсаeln. Oh nein. Vielen Dank. 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 So, Vielen Dank. Vielen Dank.